Aufschwärmen, findet ihn! Du kannst ihn nicht ewig verstecken, Prophet! Wir finden dich! Alles klar! Scheiße! Scheiße! Werft die EMPs! EMP-Gradarte! Die EMPs sind sichtlinger einsatzfähig. Holt ihn euch! Komm, Lars, entstell dich, du Pfei-Kling! Komm, Lars, entstell dich, du Pfei-Kling! Werft die EMP! Werft die EMP! Vorwärts! Und haltet die Augen offen! Ich bin der Engelstein. Der Engelstein hat sich Klingono an einem dreadlocken Gang hp. Der Engelstein hat, wenn du nicht nur das! Der Engelstein hat sich festgestellt. Lesser, das ist schon mal Plan. Der Engelstein hat sich Geld noch. Applaus WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Was ist hier los? Gebt eine Rückendeckung. Da schweinen wir doch die Pfeile. An alle Einheiten. Ihr ballert jemand rum. Schmerzt aus und fettet sich. Sicher. Mann am Boden, Mann am Boden! Schmerzt aus und fettet sich. Ich sehe mich schon. Ich sehe mich. Zahra! 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 9. Runieren! Okay, Romeo 1. Nehmen Sie das Team X 1-2 noch einmal auf. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Irgendwas stimmt nicht mit diesem Ort. Die Visionen. Das Energiefeld um System X reizt die mesialtemporalen Areale des Gehirns. Das führt zu Halluzinationen, Déjà-vu-Erlebnissen, falschen Erinnerungen. Gelegentlich sogar zu dissoziativen Identitätsstörungen. Ich bin nicht verrückt. Die Visionen sind Vorhersagen, keine Halluzinationen. Wie Sie meinen, Romeo 1. Machen Sie es einfach weiter. Geht ihr das? Geht ihr mit, Romeo 1. Machen Sie mit mir! Das war's. Mach die Bastarde fertig. Danke, Prophet. Danke. Heute werden wir unsere Ketten abstreifen. Das ist unser erster Tag in Freiheit. Seiko, ich bin drin. Hacke jetzt SES Ausfallsicherungen. Notabschaltung ist in Anfrage. 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 Umschalten auf Notabschaltung, Aggregate. Notabschaltung ist in Anfrage. Projektiere System X-Charaktere nach sich. Warten System X-Charaktere. Was? Nein, so blöd können sie nicht gewesen sein. Der Alpha-Seth. Der Alpha-Seth. Der Alpha-Seth. Der Alpha-Seth. Scheiße. Der Alpha-Seth. Drop it! Alles okay? Ja! Das war unglaublich! Wir haben's geschafft! Nein, haben wir nicht! System X, ihre Energiequelle, war der Alpha-Seth. Scheiße! Deine Visionen stimmen. Heißt das, jetzt geht die Welt unter? Nein. Es heißt, dass ich jetzt an den Bastard rankomme. Dass ich ihn töten kann.